Letzterreisendes Moin Moin und hallo an alle durchgeknallten Ich bin am Essen mit dem Rumzik Und mit dabei sind wieder Kimbo, Patrick und Klaus Moin, nicht so demotiviert Ich hab's gar nicht so schnell gecheckt, dass er gestartet hat Ich hab's auch nicht gecheckt, aber ich hab einfach mal direkt Bist halb abgeschnitten, aber kann ich nix für, weil du so schnell warst Gott seh ich scheiße aus Und ich hab's sogar noch runter gezählt Das sieht geil aus, oh ja, oh ja Der Video runter gezählt hast 3-2-2 Na egal So lauf ich gerne rum Wer hat die pinke Krawatte, ey Die pinke ist immer die schlechteste So Alle den Kuruma, auf Los geht's Guck mal wie er spielt Guck mal wie er spielt Schöpvolle macht hier Spiel die Valkaya War doch die Ich war diesmal auch ordentlich für euch Aber nur wegen euch Ja Deswegen Kuruma Jep Ganz einfach Einfach durchfahren Und dann hinten einfach abschliessen Alle und dann Einfach einfach durchfahren Und alles was sich uns im Weg stellt wird abgeschossen Klotz ist die beste Methode dann Wir machen jetzt Wir machen jetzt einen auf Rambo Und dann geht das richtig los hier Und dann geht das richtig ab hier Ja aber Ja aber dann geht's ja richtig los hier Das ist Genau Darf ich dann Arnold Schwarzenegger sein? Nein darfst du nicht Du darfst Arnold Schwarzen Wenn Dann bist du Arnold Schwarzen Deutscher Aber nicht Schwarzenegger Okay? Fall Sollst du mit der Leuchttrakete schießen? Ja Wir müssen ja unauffällig ankommen Man sieht es Dezent Du hast ne andersfarbige ne? Kann man sich die Farbe aussuchen? Ja Geil Die Waffe der Farbe Bestimmt den Abschuss der Der Farbe Wenn du jetzt ne Orangene hast Kommt ne Orangene Munition raus Echt? Und wenn du ne Grüne hast kommt was Grünes raus oder wie? Ja Und wenn du was Braunes hast dann kommt Scheiße raus Ja Ich weiß Ja genau Und wenn du n Regenbogen fahrst Und wenn du n Regenbogen hast dann Gibt's nicht Dann musst du Ne Oranget haben Ja Ja hört mir nicht zu ey Gibt's nicht Kommen wir mal Fanlicht an in der Stadt Ist sehr unauffällig Gubst du da? Na logisch Geht mal in die Ego Und drückt mal X Drückt mal F Das hab ich fast gemacht Äh fast Ja Guck mich mal an Scheidlich oder? Mensch die mit ihren Was Was macht die 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 lila in den Haaren waren grad so weit unten Das war der Person sieht echt geil aus Das war der Person sieht echt geil aus Ey wir sind da Ich wollte noch was abgeben Krass Muskel Ja fahr einfach durch Fahr einfach durch Hinten bis zum Platz Auf die anderen ist geschossen Einfach die hinteren platt machen Ja kannst ja gleich durchfahren eigentlich Ja ja mein ich ja Durchfahren und hinten einfach die Platt machen die im Weg stehen Auf dem Weg wir sind's Auf dem Weg Das hat grad so'n Schrei gemacht Ey das erinnert mich an was An Schmerzen An Schmerzen Ja an einem Schrei aus der letzten Folge oder was? Äh lieber nicht dran erinnern bitte Danke Hehehe Wer fliegt? Ich bedien die Ich bedien die vor der Waffe Alle mal rein Vorsicht vorsicht Der Tank explodiert rein Ey wir sollten doch erstmal die Leute hier abschießen Bevor wir auf die Nein sollten wir nicht Zeig ein Zeig ein Schnell Ja Super Oh schade Ich hab auch gesagt wir sollen Aufgestiegen Wir müssen doch erstmal alle abschießen Weil sonst ist der Helikopter gleich kaputt Oder nicht? Da kommen noch tausend andere noch nach Ich glaube wer schon wieder anfängt zu schreien Wenn wir die alle Wenn wir die alle clearen Dann ist der erstmal leer Und dann können wir in Ruhe wegfahren Und nicht in Hektik und so Ich bin ja tot gewesen Für ihn ist das alles zu schnell Wir müssen ein bisschen Nein mir ist nicht zu schnell Aber halt Wir hätten ruhig Die Hauptperson Und die Helis abschießen können Weil die machen den Größten Schaden Oder nicht? Also der da oben war Auf dem Himmel Für Opa geht das alles zu schnell Wir müssen ein bisschen langsamer Nein wir können schon Okay Opa 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 Äh sorry sorry Ich fahr Ja gut dann fährst du halt Sorry Garn Mach dir nicht aggressiv Der ist schon wieder auf 180 hier Der ist schon fast auf 200 du Nein ich bin auf 2000 Wenn schon Wenn schon Oder? Hallo Oh 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 Alter Was war das? Nicer Jump Und ich hab's auch Video Wir sind hängen geblieben Bei mir ist es auch hängen geblieben Ich hab Video Oh das hab ich ab Ich hab Videobeweis Das war voll geil Alter Sag mal was machst du denn? Ja die Kissen nerven Alter Komm da nicht vorbei An demnach war ich wieder Es wird aber kein Wider mehr geben Mama Papa ich steig euch aus wenn's sicher ist Ist sicher jetzt Komm Ne da steht noch einer Alles auf alles Ich komm jetzt Zeit ein Los 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 Jetzt bin ich da Du das mein ich Jetzt musst du außen rumlaufen Jetzt kannst du abgeknallt werden Gut los Action 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 Satisfaction Hör Hör Erster Heli ist down Nice Mann ist das heftig Schon ein bisschen Ist das da unten als wir das Kopfwerk Stimmt die Helis Ich seh die nicht mehr Mach die Augen auf Auf der anderen Seite sind auch grad keine Hinten ist einer Hinter uns ist einer Direkt hinter uns ist einer Ich treff den irgendwie nicht Das ist zu weit weg Dann scheiß drauf dann schieße ich jetzt den vor uns ab Der rechts Da rechts von uns ist einer Der rechts kann ich nicht machen Wo ist denn der? Ich seh den nicht mal Ach da hinten Der grenzende Punkt da rechts Na dann zieht man so schlecht weil er so ein schwarzer Punkt hat Porns 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 ziehen kann ich nehmen Ich hab keinen auf meiner Seite Ihr müsst drehen wenn ich mit dem arbeiten soll Hast du nicht Raketen dabei oder so? Nee Nee Wir müssen mit diesem Maschinengewehr hier machen Oder du bleibst mal kurz in der Luft hängen und dann Dass die mal ein bisschen näher rankommen Also die sieht man einfach nicht mehr Wo sind denn die? Alle hinter uns Also ich seh sie Ich weiß nicht wo du hin guckst Ja ich guck genau so nach hinten Aber die sieht man halt nicht so gut weil Irgendeinem schwarzen Hintergrund Und die sind ja auch schwarz Wer ist schwarz? Pornot kannst du bitte umdrehen? Wir müssen die sowieso killen Also von daher Bleib doch mal stehen in der Luft Einfach in der Luft stehen bleiben Und dann immer bei Bedarf drehen und warten bis die kommen Aber wenn die näher kommen trifft man die auch besser Dreh jetzt Dreh jetzt Was hieß jetzt? Treffen wir besser Gib ihm gib ihm gib ihm gib ihm Der andere ist down Da kommen noch mehr Da kommen noch mehr Von vorne kommen wieder zwei Äh unter uns ist einer Unter uns Unter uns? Achso Kann ich nicht erreichen Dann ist so kill Oh der schießt auf uns Wo ist denn der? Unter uns Der schieß den doch schon ab So Ja gesagt Hinter uns sind auch noch zwei Geil Aber ich weiß nicht wo die sind Sind sie so weit weg Sind sie so weit weg? Wie kannst du die noch nicht sehen? Nein doch Die seh ich Die seh ich halt nicht Ich seh sie aber auch nicht Es ist zu nählich Links Links Von der großen Antenne auf dem Berg da Ist einer Wie hast du denn für eine Ränder Distanz eingestellt? Überhaupt keine Aber ich kann mit der Waffe Ich kann mit der Waffe ranzoomen Ja jetzt seh ich sie aber auch Da kommen sie Ja von Im Himmel sieht man die aber hinter der Äh Die Berge überlappen die dann und so Mein Gott das sterbt doch hier Ah ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Gut der ist weg Team Böse Da da vorne Da ist noch einer Bitte ihn Hast du ihn Jetzt komm die schwierigste Aufgabe Landen dann Das wird echt nicht einfach Ja glaub ja Ich hab so ne Miniflächer da So der ist weg Hab dann Sehr gut Mann ist das eine Geburt Jetzt kommt das Schwierigste Das ist das einfachste Ja einfach stürzt du drauf Wer fliegt Wer fliegt? Ich Gut dann mach mal Sichere Landung Hab wir mit der Harry auch geschafft Vor allem das Landen ist schwierig Weil das so eng ist Und unser Baum mitten im Weg steht Das ist das Schwierige Ich kann grad gar nichts in Ordnung sehen Ich kann grad gar nichts in Ordnung sehen Du stehst den Baum ein bisschen ab Sehr gut Ich dachte ja gleich ey Das ist das Echt nicht hart einzuparken Weißt du Bei jedem Scheiß kommen die Bullen Aber wenn du hier ein bisschen Mit Maschinenbewerbung hast Gehst Kein einziger Stern Oder hier mit diesen 20mm Ding was hier vorne dran hängt Ja Ihr seht ja was das für Explosionen macht Da müssen auch immer auch keine Bullen Was Perfekt Hat er richtig abgesetzt das Ding Weil der Chinesenboy kommt erstmal Filmfilter der Hubschrauber steht andersrum Kann mir jemand sagen bei wieviel Minuten wir liegen Ich hab meinen Timer nicht eingeschüttet 5 Minuten Ok Bestanden Wer die Hat seine Cope nicht verdient aber egal So Oh ich bin 65 geworden wenn auch da ja dann würde ich sagen das war für die folge oder würde ich auch so sehen würde ich auch so sehen also kommt jetzt noch mal eine fugelei am ende am ende da hat schon gereicht um abzuschalten ich stehe übrigens auch ganz alleine da also ja auch so haut rein und tschüss